Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage an Professor Immanuel Kant aus Königsberg. Wie können wir moralisch besser werden? Eine erste Folge. Kants Antwort wird sein, ein Gespür für das Gute bekommen und unser Handeln am Guten ausrichten. Schritt 1 gliedert sich in drei Teile. Zunächst geht es Kant darum, dass wir unsere Urteilskraft trainieren und dadurch ein Gespür für das Gute bekommen. Er schreibt in der Kritik der praktischen Vernunft, wenn man auf den Gang der Gespräche in gemischten Gesellschaften, zum Beispiel auf einer Party, Acht gibt, so bemerkt man Folgendes. Kaum ein Thema bringt eine so große Lebhaftigkeit in die Gesellschaft, als wenn über den sittlichen Wert, also den ethischen Wert, dieser oder jener Handlung gesprochen wird. Denn dadurch wird ja auch der Charakter einer bestimmten Person, die diese Handlung vollbringt, geurteilt. Diejenigen, welche sonst alles Subtile und Grüblerische in theoretischen Fragen trocken und verdrießlich finden, also die sich nicht so gern beteiligen bei solchen Diskussionen, treten da bald bei, wenn es darauf ankommt, den moralischen Gehalt einer erzählten, guten oder bösen Handlung auszumachen. Ich weiß nicht, fragt Kant, warum die Erzieher der Jugend, also die LehrerInnen, von diesem Hange der Vernunft nicht längst schon Gebrauch gemacht haben. Nämlich die große Lust unserer praktischen Vernunft, Menschen und ihre Handlungen nach gut und schlecht zu beurteilen. Wir fragen darüber hinaus, wie gelingt der Schritt vom guten Denken, also vom guten Urteilen, zum guten Leben und guten Sein. Der zweite Unterschritt will erklären, wie wir durch dieses Training der Urteilskraft ein moralisch besseres Leben führen. Denn das ist ja tatsächlich noch nicht damit sicher, dass wenn wir gut urteilen können, über gut und schlecht, wir dann auch bessere Menschen werden. Und da gibt es auch eine Vorstellung, wie die Kant sich macht. Und zwar sagt er, Kant stellt sich den Übergang vom ethischen richtigen Urteilen, zum ethisch richtigen Handeln, wie folgt vor. Und er spricht von diesem Training der Urteilskraft, was wir eben auch schon gehört haben. Ob es zwar bis dahin nur als ein Spiel der Urteilskraft, in welchem Kinder miteinander wetteifern können, getrieben wird. Also bis dahin heißt, wir präsentieren den zum Beispiel Jugendlichen Fälle und sie steigen darauf ein und wollen sagen, was daran gut und was daran schlecht ist. Das ist ein Wetteifer, der an sich schön ist. Und die Frage ist, bleibt es dabei? Nein, es geht weiter. Dennoch, sagt er, wird dies einen dauerhaften Eindruck der Hochschätzung auf der einen Seite oder des Abscheues auf der anderen Seite zurücklassen. Bei den Kindern nämlich. Und dieser Eindruck wird durch bloße Gewohnheit solche Handlungen, die da beurteilt werden, nämlich als beifallswürdig oder als tadelnswürdig anzusehen, wird durch Gewohnheit zur Rechtschaffenheit im künftigen Lebenswandel eine gute Grundlage ausmachen. Ein komplizierter und langer Satz. Fazit für diesen ganzen Schritt 1 ist, durch den ständigen Gebrauch unserer ethischen Urteilskraft an Beispielen entwickeln wir ein Gespür für das wirklich Gute. Und das kann uns moralisch besser handeln lassen, weil wir uns daran gewöhnen, hier die Rechtschaffenheit, wie er sagt, zur Grundlage unseres Lebenswandels zu machen. Der zweite Schritt auf die Frage, wie wir moralisch besser werden können, lautet, zweite Antwort, wir können lernen, uns selbstkritisch zu beobachten und uns am wirklich Guten auszurichten. Denn Kant gibt uns ein bekanntes und berühmtes Beispiel von einem Kaufmann in einer kleinen Stadt, genannt Krämer, Krämerladen. Zum Beispiel, es ist allerdings pflichtmäßig, dass der Krämer, also der Besitzer eines kleinen Ladens, seinen unerfahrenen Käufern, zum Beispiel Kinder, nicht überteuere. Also nicht ihnen einen falschen Preis nennt. Und wo viel Kundenverkehr ist, tut dieses auch der kluge Kaufmann nicht, sondern hält einen festgesetzten allgemeinen Preis für jedermann. Sodass ein Kind ebenso gut bei ihm kauft als jeder andere. Man wird also ehrlich bedient. Allein, sagt Kant. Das ist lange noch nicht genug, um deswegen zu glauben, der Kaufmann habe auch wirklich gut gehandelt, also aus Pflicht und aus Grundsätzen der Ehrlichkeit. Sondern sein Vorteil erforderte es, alle gleich zu behandeln, sonst spricht sich das rum und er verliert Kunden. Ganz Ethik geht es nicht um das gute Ergebnis, also gerecht behandeltes Kind ist doch gut, was wollt ihr denn? Sondern um das gute Motiv einer Handlung, also was dahinter steht, ob es wirklich Grundsätze der Ehrlichkeit sind. Gut ist, was ethisch geboten ist, was zu tun unsere Pflicht ist. Welche Motive des Kaufmanns für sein ehrliches Verhalten, so fragt Kant, sind ethisch gesehen wirklich gut? Und welche Motive, mit demselben Outcome, nämlich, dass er das Kind nicht übers Ohr haut, welche Motive sind nicht gut? Wenn es nur um seinen materiellen Vorteil geht, das ist kein gutes Motiv, um ehrlich zu handeln. Wenn es aber darum geht, wirkliche Grundsätze der Ehrlichkeit für alle gelten zu lassen, dann ist es ein gutes Motiv. Und diese Differenzierung, sagt Kant, ist wichtig, damit wir moralisch besser werden. Wir können lernen, uns selbstkritisch zu beobachten und uns am wirklich Guten auszurichten. Das ist immer noch bei dem Schritt 2. Wir haben eben das Beispiel von Kant gehört. Und die Kant-Forscherin Irina Schumski schreibt über Kants Ansatz einer ethischen Selbstkultivierung. Das ist aus dem Buch Ethics and Self-Cultivation. Zum Beispiel, ich habe ihm beim Umzug geholfen, aber vielleicht habe ich es ja nur getan, weil ich ja bald selber umziehe und dann möglichst viele Helfer brauche. Solche Fragen kritisch an sich selbst zu richten, might be the first step on the route to becoming a better person. Also diese Eigenschaft, sich in Frage zu stellen, ist wichtig. Welche Fähigkeiten verlangt dieser, wie sie sagt, Kantian Moral Self-Cultivation? Das ist einmal die Capacity to step back and distance oneself from one's feelings and effects. Also sich zu distanzieren, mal für einen kleinen Augenblick von seinen Gefühlen. Dann the Capacity to take up an impartial point of view, also einen nicht-parteiischen Standpunkt anzunehmen gegenüber sich selbst. And the Capacity to see through the minds in citizen, die tückischen attempts to rationalize actions that one is tempted to perform. Also heißen, wenn ich jetzt der Krämer bin und sage, ja, ich muss manchmal das Kind übers Ohr hauen, damit es lernt. Ja, den ganzen Tag habe ich jetzt schon ganz viele Kinder übers Ohr hauen, habe ordentlich Geld gemacht dabei, aber das ist ja nur zu einem guten Zweck. Dann würde man sagen, nee, das ist wahrscheinlich eine falsche, du hast dir selber etwas in die Tasche gelogen, indem du dieses pädagogische Moment nach vorne bringst. Eigentlich wolltest du Geld verdienen und diese Frage an sich selbst, warum mache ich das eigentlich, so sagt Irina Schumski, bringt einen moralisch weiter. Damit kommen wir schon zur Take-Home-Message. So könnt ihr moralisch besser werden, würde Professor Kant uns raten. Ihr liebt es doch, andere moralisch zu beurteilen. So könnt ihr eure ethische Urteilskraft trainieren. Ihr könnt ein Gespür für das Gute entwickeln und dadurch könnt ihr nach und nach ein moralisch besseres Leben führen. Also er rät uns, viel zu diskutieren über Gut und Schlecht und viele Fälle zu diskutieren. Aber ihr müsst noch etwas anderes trainieren, nämlich euch selbst kritisch zu beobachten und die wahren Motive eures Handelns zu hinterfragen. Welches eigennützige Motiv könnte zum Beispiel hinter eurer Hilfsbereitschaft stehen? Denkt an den Umzug. This might be the first step on the route to becoming a better person, sagt Irina Schumski. Und ein Ausblick. Professor Kant hat noch weitere Vorschläge, wie wir moralisch besser werden können. Hier in dieser Folge ging es lediglich um das Training unserer Urteilskraft und das kritische Hinterfragen unseres eigenen Handelns mit seinen eventuell versteckten Motiven. Wir haben Kant darüber befragt, wie wir moralisch besser werden können. Er hat eine erste Antwort gegeben, nämlich ein Gespür für das Gute zu bekommen und unser Handeln wirklichen Guten auszurichten. Und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.